So, es kann weitergehen. Ich hab schon mal die Cheats eingegeben, die wir brauchen. Zum Beispiel auch einen ganz witzigen, nenne ich. Den hier. Supersprung. Yeah, er ist schon gedumm, was auch immer da oben stand. Moment, ich muss mal kurz... Jump, hey. 500. Statt 200, das darf das Ganze noch ein bisschen interessanter machen, oder? Cooler Sprung, oder? Oh. Ah ja, aber ich kann nicht sterben. Gar nicht. Es sieht zwar danach aus, aber ich kann nicht sterben. Ich habe einen speziellen Cheat eingegeben, bei dem sieht die Kamera noch so aus. Ich kann aber nicht sterben. Ich kann wirklich nicht sterben, glaubst du mir. Und ich kann nicht auf dieses scheiß Dach... Oh, wie dumm ist das denn? Moment, ich... Ja, der entschied doch kurz wieder ein Gott um. Okay, schon besser. Frecke Baum. So. Sehr schön. Hehehehe. Ich habe uns alle geblendet. Hehehehe. Pfff. Soendlupe. Taka 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 ja das lächelt oh in 저녁 Die Stimme hat Waffel. Quickscope. Theoretisch betrachtet absolut. Das war komplett quickscopend jetzt. Der Damm, ich glaube, am Leben. Wow. Ich habe es nicht gesehen. Oh, du bist gekommen. Captain. Captain Ward Eva bist du. Mehr bist du nicht. Wen mach's ein. Ähm, ich stelle mich schon mal an die, an die MG hier. An die, wobei ich das kann. So. Das war jetzt total lustig. Ich habe nicht mehr was getroffen. Quickscope. Hey, ich bin nicht quickscoped. Ich habe was gefragt. Ich wusste gar nicht. Leise. Zack, zack, zack. Zack, zack. Die Stimme hat Dragunov. Kämpfe, hat kein Spaß. So lange waren wir dabei. Wo man endlich einen Mund hat. Im Bart ist so niemand. So. Und jetzt... Oh, Kacke. Alter. Oh, der Heli greift uns an. Ich bin auch von uns selber losgeschickt. Scheiße. Jumpstyle. Voll cool. Bam. Da ist ja auch wieder ab. Cool. Guck, guck. Während des Runds, Leiber. Das müssen wir uns erstmal leisten. Können. Oh, du bist einer von uns. Dann haben wir noch Gegner hier oben. Okay, ich glaube nicht mehr, oder? Denk noch noch? Mal's abchecken. MT. What? Haha. Voll erwischt. So, jetzt stürmen wir mal. Und... ...die letzten Dreckssäcke. RENNT. Was war das nochmal? 7? Nein. Geil. Aha. Külter seine eigenen Typen. Doch, das war C4. C4. Das ist... Äh. Boah, ich hab mir gerade C4 direkt vor der Nase gezündet. DRAGUNOF. Hab ich DRAGUNOF, Mann. Komm schon. Ja, komm schon. Hm, daneben. Egal. Oh, da ist noch einer. BAM, BAM, BAM. Da ist auch einer im Bart. Ich stehe auf den Laser. BAM, BAM, BAM. Ich kann mich nicht bewegen. Oh, wegen Captain Clice. Klar, Quilete. Eva. BAM, BAM. 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 BAM. BAM, BAM. BAM, BAM. 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 Und du bist der Nächste, Kolonkel. Und du bist der Nächste. Oh, V. Das ist doch gar keiner. Was haben die denn? Ich sehe nie... Oh, da. Hallo. So, jetzt fordern wir noch mal schnell einen Lüftschlag hier an die Seite. Sehr schön, dass dein Helikopterhafen... ...felligigig ist. Leider habe ich gerade alle Gegner umgenähtet. Yeah. Naja. Das ist fast ein Minecraft. So von ganz oben nach ganz unten springen. Trotzdem passiert... Ja, also ich meine... Bis jetzt schon was für gewöhnlich. Für gewöhnlich. So. Jetzt laufen wir mal ganz gechillt durch. Nicht mal Raketenwerfen. Auch nicht mit dem. Aber mit dem Mini-UCC. Die ist lustig. Boah, schiesse ich schnell. Sogar ein Zeitlust zu schnell wie der AK. Na, wie dem auch sei. Ähm, das war ein bisschen... Naja, mir war langweilig. Deswegen habe ich das hier gemacht. Wäre nett, wenn ihr einen Kommentar und... ...ein, ähm... ...Rating da lassen würdet. Und... Naja. Wir sehen uns dann... ...in meinen anderen Videos. Oder in Roberto's anderen Videos. Tschüss und... Bis dann.